Ist ja komplett geschwollen. Ja, jedes Mal, wenn man reinschaut, wird man halt geboxt und ich schaue halt jedes Mal rein. Wo schaust du rein? Hier rein. Reingeschaut. Sag mal, geht's noch? Also, sind Regeln. Ja gut, Regeln sind Regeln. Dann schau eben nicht rein. Das ist gar nicht so einfach. Da muss man einfach reinschauen. Ich nehme meine Schlafmaske. Und in der Turnhalle sind noch Schulterpolster. Danke, Herr Schimpel. Der nächste.